Jetzt sind wir auf dem Katamaran. Es gab keine Probleme, die haben wir uns einfach reinlassen, mussten nachzahlen. Aber wie gesagt, keine Gewehr, ob man da irgendwo mitkommt. Das ist jedes Mal eine Aufregung, weil die an der Kasse natürlich gesagt hat, nein, nein, um Gottes Willen, gar keine Fahrräder, da muss man anders fahren und es geht nicht. Blablabla. Ente gut, alles gut, jetzt sind wir auf dem Katamaran, fahren nach dem Proflig. Tschüss Philips, Tschüss.